Heute zeige ich, wie man Pakete aktualisiert. Nämlich gibt man dazu erstmal AbtUpdate ein. Das habe ich bereits getan. Und jetzt geben wir noch ein AbtUpgrade. Und das sollte jetzt anzeigen, welche Pakete aktualisiert werden können. Mal schauen, welche das sind. Ah ja, sieht gut aus. Also drücke ich jetzt auf Ja. Man muss immer gucken, manchmal werden Pakete entfernt und da muss man dann gucken, welche entfernt werden. Beispielsweise ist es mir letztens passiert, dass hier der Netzwerkverwalter mit entfernt wurde. Das war etwas schwierig, das dann zu beheben. Also drücke ich mal auf Ja. Und jetzt werden hier die Pakete untergeladen. Das eine Paket hier ist zum Beispiel Linux-Image. Das ist der eigentliche Kern von Linux, also der Linux-Kern in der Version 5.9.0. Hier läuft jetzt momentan wahrscheinlich 5.8.0 oder was auch immer. Das kann ich ja mal kurz nachgucken. Dafür geben wir den Befehl ToName und Strich ein. Ja, die Version 5.8.0 läuft jetzt gerade. Ja, und gleich habe ich dann die Version 5.9.0. Und dieses Video hier ist ein Versuch. Ich möchte nur gucken, ob das reicht, ob der Rechter hier schnell genug ist dafür. Ich gucke gerade auch mal, wo das Mikrofon ist. Wo ist denn das Mikrofon eigentlich? Das ist doch bestimmt hier vorne, oder nicht? Wo ist das Mikrofon? Hm. Das ist vielleicht hier oben im Deckel? Hm. Ah, da. Ich habe es. Also gut. Es ist etwas weiter weg, aber vielleicht hört man es ja trotzdem. So, mal gucken. Ich bewege mal das Fenster, mal gucken. Das ruckelt dann. So, und das reicht jetzt mit der Aufnahme. Mal gucken. So, ich Clone. So, nun, ich bin Besuch. So, ich bin Besuch. So, ich하isse.